Diesen Beitrag widmet Ihnen der Elektro- und Einrichtungsfachhandel der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Wenn Sie Ihre Küche umbauen, neu einrichten oder einfach nur ein neues Dampfgargerät möchten, dann sind Sie im Elektrofachhandel bestens beraten. Das ist ein Kombi-Backofen. Mit diesem Gerät kannst du praktisch alles, was ein herkömmlicher Dampfgarer kann, machen. Und dann kannst du zusätzlich aber über Brot, Steaks, Kuchen, alles, was du sonst in einem normalen Backofen machen kannst, auch machen. Und das Ganze mit Dampfunterstützung, was natürlich wesentlich bessere Ergebnisse ergeben. Das heißt, ich brauche kein eigenes Backrohr mehr? Das heißt, du brauchst keinen zweiten Ofen. Du kommst mit dem Gerät komplett durch. Es hat eine ganz normale Backblechbreite. Brauche ich da ein eigenes Geschirr dafür? Nein, du brauchst eigentlich kein eigenes Geschirr. Du kannst alles nehmen, was du jetzt sowieso im Haus hast. Das gewisse Extra und Komfort bietet HomeConnect. Über eine App können Sie über das WLAN im Eigenheim schon den Dampfgarer vom Büro oder vom Auto aus starten. Das Brot ist dann rechtzeitig frisch gebacken. Das Gerät wird vom Fachhändler selbstverständlich geliefert und montiert. Durch den Kauf beim Fachhändler entscheiden Sie sich für beste Beratung, Service und Dienstleistung. Und obendrein für ein qualitativ hochwertiges Produkt.